Auf den Punkt heute Klimakommission. Bis 2035 will die Stadt Magdeburg klimaneutral werden und damit auch wir als Uni. Dazu haben wir eine eigene Klimakommission ins Leben gerufen, die besteht aus zwölf Studierenden, Mitarbeitenden und Profs. Mit dabei unter anderem ist die Initiative Students for Climate Justice und unser Nachhaltigkeitsbüro. Bis wir klimaneutral sind, wird es aber ein langer Weg. Zuerst werden alle Missionen der Uni erfasst, um dann einen Klimaschutzplan zu erstellen. Hierbei wird wirklich alles betrachtet, vom Stift über Stühle im Büro bis hin zum Energieverbrauch auf dem Campus. Alles soll nachhaltiger und vor allem klimaneutral werden. Wir sind aber schon gut dabei. 2019 haben wir zum Beispiel 33 Millionen Liter weniger Wasser und Abwasser verbraucht als noch 2010. Und seit diesem Jahr beziehen wir zu 100 Prozent Ökostrom. Um das Ziel gemeinsam zu erreichen, müssen wir alle an einem Strang ziehen. Dazu könnt ihr euch zum Beispiel mit Ideen in der Klimakommission einbringen oder ihr möchtet ein Teil der Veränderung sein, dann meldet euch einfach bei Students for Climate Justice. Vielen Dank. Vielen Dank.